Hallo liebe Fans, wir sind hier an der FIFA Beach Soccer Weltmeisterschaft in Paraguay und ich werde euch heute durch den Tagesablauf der Schweizer Beach Soccer Nazi führen. Wir haben uns jetzt alle am Hotel Pool zusammengetroffen. Wir werden jetzt ein paar Übungen machen im Pool. Das sollte dafür dienen, dass wir uns die Muskeln etwas aufwecken. Musik Im Teammeeting besprechen wir meistens, was wir machen werden und der Coach zeigt uns, wie wir vorgehen sollen. Wir haben jetzt vier am Nachmittag, haben jetzt Training, heute konzentrieren wir uns mehr auf die Taktik und Standardsituationen und bald spielen wir gegen die USA im ersten Gruppenspiel. Wir haben jetzt gerade fertig trainiert, haben dort nicht allzu viel gemacht, ich denke wir sind bereit für den ersten Match und jetzt geht es zurück ins Hotel, zählt wieder die Erholung und dann geht es los, hopp Schütz! Wir sind ausnahmsweise einfach auswärts essen und auch das dürfen sie zwischendurch gut für die Einbildung und für den Teamgeist. So, es ist jetzt 11 Uhr am Abend, alle Spieler haben die Zimmer wieder bezogen. Einen weiteren Tag geht es in Centau in Paraguay und am Donnerstag geht es los, 21.50 Uhr, SRF 2, nicht vergessen einschalten, wir freuen uns. Dankeschön! Auf Wiedersehen!